zuerst so toll die drei Worte im Sinne der Aufrunden im Tor zu verteidigen kann zugleich war das auch sehr ich kann ich noch ihn zwar sehr hat es doch nur kaum ein Wurzeln im Haar oder in der Nimm dir ich gehe ich bin ich gehe auf den Kälsch und der Kälsch und wieder hilft zwei bis mit der Schuhe hat mit der Schuhe Prozent in den Kälschwelsen im Gegensatz oder was Torsten ich habe gedacht er weiß ich kommt auch vorbei er trägt so auf was auf der Königin und sein da steht nur noch einer der dritte ja der musste Malfi abbrechen das Camp weil ich sonst ein Tower oben gelegt hätte Nasus kommt runter er hat nur gewordet er hat nur gewordet er hat sich m das gleiche Schöne m dort kommt noch das mit das und das mit ja genau aber kommen oder nicht all wird ich sag ja höchste Reichweite länger als er wäre länger als ein Fall alles kann der Reichweite in der Atombombe ist klar alles so gut ist es ist es ist es einfach mit einem Stimmel der bestimmt noch hier drüben rum muss weg Achtung nach, es könnte Top.com Scheiße ein Gegner wurde getötet auch ein Köln ist langweilig schaffe diese Schlampe ey durch die mit Aktion dort die Trommel in der Nähe kommen er ist so nicht wahr Akku SS SS bei dir unten und brauchen dort kommt von hinten die Bitch überlebst du das wer du ja ich schätze den Nassos grad zum Rückzug ja pass auf mal bald lebt ja den habe ich eben schon getötet naja aber der liegt wieder zwei Missbotten wann ist der Malfi lästig und so kriegen Red ist da wenn jemand braucht ich war grad der ist Bonni ja und und Regen machen wir machen ja haben die da gewollt er zu erledigen Worten läuft in der Minute aus lauf 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 stelle ich nachdem was es schon ist hat keine Knete von Ortele-O-Mann-Mütti-Torsten ja klar ich bin da mal rein Grosso das überlebe ich nicht es war aber Klaus ich muss aber back da kommt ein Chase, passt auf ah fuck ne, hängt mich der Wixer ah, komm am Tor wieder sorry, ich hab das nicht Druck gekriegt, ich mach kein Damage also ja, schon okay ich war eine rechtzeitige Star mein Top-Line-Towerfeld scheiße da, diese Scheiß 10.000 mehr ist er ja, da kommt der dämliche Köter hingeportet Gregor wurde es abgelaufen, es sei denn, äh, Top-Line-Towerfeld neu geworden na, los ich bin gerade aber Top-Line, ne ich bin mit da gewissens, glaube ich ja, gewissens hat Merford hat Ulti, ja Scheiße, guck mal da das war dann ist ja das war das war ich habe es gedacht es ist doch gut aus die zählen wird aber auch dort sind schon wieder auch trance sind frei 2 4 1 liegt nicht auch dringend ist mehr als Rennkneider hat dafür gut hat er drei Speedbox oder sowas naja jedes Mal wenn er seine Stands switcht und wenn er durch seine Dings läuft den Grab in der Mitte mit Tauern die Spass und verpisst euch geht weg von meinem Tauern Gottstan wir können auch Torsten helfen gehen nur so und schon unterwegs wurde eigentlich neuer Aufwege aber da rennt der Wunder sind die Sintra kommt inzwischen von der Seite also Scheiße er hat die entgegenkirchen die Begegnung steht die Beruhrer und ich und aber auch tun allo alter du hast gestartet kann los oder was zu stehen bleiben Wurzeln kommt ein Super-Farm. Ja, ich geh hin. Ich musste grad mein Top-Land-Farm aufhalten. Einverstanden. Das hält aber nix aus. Also es ist echt. Fällt innerhalb von Sekunden um. Schon wieder Mittag. Und die Kinderhäme. Achso, ich komm zu deinem, komm zum Blue. Vorsicht, Lukas. Bin auch gleich da. Die Sintra müsste noch irgendwo sein, Vorsicht. Ja, die ist Mitte. Und slow? Ganz slow. Komm mal heilen. Ah, scheiße, ich bin zu weit weg. Dann lassen wir's. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. So, okay. Ja, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Ja. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich bin auf dem Weg. Das war die... ...schönste Ulti-Kombination, die ich seit langem gesehen habe. Was denn? Der hab ich noch gefallen? Ich hab den Nazis gestanden. Ja, ich hab den Nazis gestanden. Ja, ich hab den Nazis gestanden. Ich hab auch den Nazis gestanden. Ne? Und ich mitten rein mit dem 4. Boom, alle 4. Lukas, ich bin mitten rein gesprungen und hab zweimal den Weg gezündet. Genau. Deswegen alle boom und 100% auf 20. 퍼els nicht sättung! Das geben Sie ja auch Kons campaign stalken. Keine Ahnung. Aber wir kommen gleich wieder nach die Weg zu. Verk kam... Du bist ja schon in den Samstag! Aber diese buckro Pia hat sich umgesetzt. Das sind auch nur relativ gut. Ja, das hat die Seite passiert. ...undere魂 ist nicht.